Hallo, willkommen hier im Schleichtag-Underschein. Hallo! Du musst leid. Nein, wir müssen doch schleichen. Hast du jetzt vor, die ganze Folge zu flüstern? Ja. Du flüsterst aber nicht. Du sprießt gerade wie Sälebuden. Okay. Hi. Ah! Okay, wir müssen wirklich... Geht doch alle weg! Nein, Tanuki. Tanuki. Ja, bei mir nicht den Tanuki. Ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, bis ich ihn... ...stirb! ...verlieren werde. Okay. Wir dürfen uns nicht von den Scheinwerfern... Gabi? Ja? Du hast genau das getan, was wir nicht tun sollten. Der wird wieder normal! Wir gehen einfach, weil wir brauchen keine Trampoli. Und ich will die zu Slaver so schnell wie möglich beendet! Muuuuh! Hol die Winze! Stern! Buh! Buh! Weiter! Weg! 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 Wir spielen das Level genau so, wie man es nicht tun sollte! YOLO-mäßig! Oh Gott! Oh Gott! Ich will... Die Geldgier ist zu groß! Ich bin tot, du kannst weitermachen! Okay! Zur Hölle mit diesem Level! Das Feuer! Da muss ja irgendwas sein! Nein, geh weiter! Wow, du hast zwei Münzen gefunden! Glückwunsch! Sechs Münzen sogar! Ist doch was! Das war... Ist in der Mitte weiter das? Geht's weiter! Ja, ist ja gut! Ich bin ungeduldig! Hi! Soll ich denn da schleichen? Gar nicht! Suboptimal! Fast! Renn! Renn! Du kommst irgendwie nicht weg! Warte, ich hab... Jedes Mal, wenn du dich... Wo bist du? Hinter der Wand! Das ist wirklich sneaky! Bis dahinter ist irgendwas! Ja, ich weiß! Achso, ich muss den Bomben trückeln! Ähm... Hallo! Mit Kugel-Veliz heißen die! Ja, genau! Diese komischen Dinge rein! Hallo? Ja, jetzt geht's! Jetzt stürme aber nicht dabei! Okay, geh da rein! Vielleicht findest du da ja irgendwo genügend Münzen, um mich wieder zu überleben! Oh Gott! Ich glaube... Ich glaube... Das lass ich bleiben! Da komm ich nicht mehr rauf! Du hättest dich beeilen müssen! Was? Du bist an dem Trampolin gestorben! Wie das? Ich bin auf den Traum gesprungen! Du bist an dem Trampolin gestorben! Come on! Ja! Ich möchte, dass wir eben einen Moment innehalten und uns daran erinnern, dass Dabi an einem Trampolin gestorben ist! Ich werde dir das nochmal betonen! Warum ist die Lovecam eigentlich an, obwohl man sie nicht sieht? Das weiß auch niemand! So, auf ein neues! Genau! Ja, ich sehe doch nix! Du! Idiot! Tanuki! Sorry! Ich hätte gerade irgendwie Lust zu fliegen. Rennen. Danke. Schleichen wird total überbewertet. Er wird normal. Tschüss. Geh da weg. Wir nehmen den hier mit der ist sicher. Ja, ich weiß. Ist mir egal. Geht er hoch. Hol ihn. Dankeschön. Wo bin ich? Ich sehe mich. Wow. Okay. Weiter rennt. Hilfe. Hilfe. Alter. Geht alle weg. Ich hab's geschafft. Okay. Wir haben die Hälfte. Sollen wir wieder deine Münzen einsammeln? Ja. Ja, Münzen. Okay. Okay. Ich laufe wunderschön. Ich halte meine Brüste so schön nach vorne. Ja. Clickbait. Oh, die heutige Marika-Nacht-Montag-Folge ist richtig schön. Clickbait. Da oben ist noch was. Interessant. Kommt mal hierher. Hallo. Hierher. Hallo. Mein Gott, ey. Ignorieren an ja absichtlich. Kommt her. Autsch. Gut. Treffen. 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 Okay, ich geh da jetzt ganz, ganz schnell hoch. Ja. Funktioniert. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Ich will mein Tanuki nicht verlieren. Okay. Sollen wir da hochgehen oder nicht? Wenn du weißt, wie jemand rauskommt. Nein, ich weiß es nicht und ich will es nicht herausfinden. Warum sammeln wir die roten Münzen ein? Weil wir dann was kriegen. Ich brauche nichts. Ich bin wunschlos glücklich. Ich habe eigentlich nur glücklich. Gott, bist du hässlich. Ähm. Ich bin oben. Okay, guck was da oben ist, wenn du jetzt schon oben bist. Ähm. Vielleicht finden wir irgendwas Tolles. Münzen. Das hat sich total... Ach, man kann hier gar nicht den Schwung machen wie in... Dingsbums. Galaxy. Okay, hier ist nichts. Ich weiß nicht, warum du wieder einen schweren Weg gehen willst, wo du sterben könntest. Aber wenn du es magst... Wir müssen hier hoch. So unten ist es Zeit. Zeit ist Geld. Zeit ist Macht. Zeit ist... Zeit. Tod. Und Tod. Ey, Marta, sieh mal auf, bitte. Aufmachen. Danke. Vielleicht nochmal... Danke. Ich verstehe nicht, warum die mich immer noch nicht... Wie ich mein Tanuki, wie die mich immer noch nicht getroffen haben. Ich verstehe das nicht. Alter. Tschüss. Das war nicht mit Habsdicht. Das war aus Versehen. Ich schwöre lahm. Der geht mit deinem Bähler an. Der war schlecht. Hallo. Cheater. Ich bin kein Cheater. Ich hab dich mit fairen Methoden getötet. Methodentötung. Also, Maus. Ich hab niemanden am Morgen. Du hast einen Gegner getötet. Wir spielen nicht, lieber vielleicht ein Junge, lern mal Deutsch. Mario Pistaka. Warum hast du gewonnen? Das finde ich nicht fair. Ja, die Leute hier in Mibas sind echt toll. Also, ich glaube, wenn ich mich zwischen Facebook und Mibas entscheiden würde, würde ich Facebook nehmen. Hm, obwohl... So, wir haben 111 Sterne. Wir können nochmal nach da unten gehen. Warum? Deswegen? Oh! Was ein geschultes Auge. Alter! Okay. Münze! Münze! Okay, wo geht's hier hin? Ich geh nach oben, du gehst nach oben. Ähm, ja, das klappt ja auch total gut, so. Wollen wir das machen? Ja! Okay. Das sieht spaßig aus. Das sieht nach viel Qual aus. Das sieht nach viel Geld aus. Wie heißt denn das Level? Haben wir das nicht schon mal gemacht? Nein. Doch. Nein. Warum bin ich so weit? Ich muss auf den Zug drauf. Warum komme ich nicht auf den Zug? Alter, Luigi, du unkompetenter... Was ist denn da grad passiert? Ich hab keine Ahnung. Hier gibt es München. München, schon weiter schaugereich. Das ist Super Mario, das ist doch bestimmt Super Mario Bros. DS2 gespielt, wo es doch so viele Münzen gibt, oder? Äh, nein. Wollte ich dazu was fragen, aber natürlich hast du es nicht gespielt. Irgendwie so, warum? Äh, weiß nicht, weil ich irgendwie herrte, dass es dann eine Million Münzen gibt und irgendwie sowas. Alles so. Wo geht's denn hier hin? Ist hier schon das Ende wahrscheinlich, ne? Warum war noch eine Münze? Warte, ich mach das jetzt mal koordiniert. Na gut. Mann, das war schlecht. Ich hab... Okay, da oben war doch nichts. Ähm, es war ein interessantes... Können wir da noch mal rein? Ja, hinten liegt noch eine Münze, die hab ich... Das sind sogar zwei. Aber die brauchen wir jetzt nicht ein... Möde. Willst du das untere noch machen? Ja, ich will wissen, was da ist. Das ist das total spannende Urkundungstour hier. Das ist so voll toll. Warte, was? Wir sind in Welt 1. Ja, wir können weitergehen. Wir brauchen nicht in Welt 1 sein. Aber wieso ist das so ein weißer Kommerz? Keine Ahnung, geh weg. Es macht mir Angst. Warte mal, kann man da reingehen? Wo rein? Warte. Was tust du? Da? In diesem Block? Ja. Aha. Nice. Lütz. Ich glaube, es ist weiter, welche schon gewonnen haben oder so. Keine Ahnung. Egal. Hinterfrage es nicht. Es verwirrt mich und verstört mich. Gut. Gehen wir zurück. Und beende die Folge. In der nächsten Folge sehen wir dann den Bossgegner aus Welt 5. Wuuu. Am Ende in diesem Level war es so extrem gemacht, dass alle Blöcken genau gleich mit Kürt schütteln. Das Wort zum Sonntag von Eri. Schön. Tschüss. Tschüss. What the fuck am I getting in the device? Sorry. Ja. Mieverse. Das Mieverse. Das Mieverse. Bis будет wiebert. Bye about Henry and New Alchemist. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020